Herzlich Willkommen, mein Name ist Pat Hock und der Patient des heutigen Tages ist der Bellymore Cognac Cask Finish. Ab Montag, 12.12.2022 ist bei Aldi Süd wieder ein Whisky der Eigenmarke Bellymore verfügbar. Allerdings heute ist Samstag, sind noch zwei Tage hin bis dahin. Ich war allerdings vorhin beim Aldi einkaufen und wenn, sehe ich da stehen, den Kollegen hier, 14,99 Euro. Da habe ich mir gedacht, den packe ich mal ein, weil von den Eckdaten klingt der fantastisch. Es ist ein Single Malt Whisky, das bedeutet, das Wörtchen Single, er kommt aus einer einzigen Brennerei. Also kein Verschnitt verschiedener Whiskys, verschiedener Brennereien. Nein, der reine Output einer irischen Whisky Brennerei. Das Wörtchen Malt sagt aus, dass hier ausschließlich hochwertiges Gerstenmalz verwendet wird. Keine anderen Getreidesorten, nur das hochwertige Gerstenmalz. Und der Kollege ist dreifach destilliert auf Potstills. Das sind birnenförmige, kupferne Brennblasen. Mit denen werden eben diese hochwertigen Whiskys hergestellt. Und all das bekommt man beim Aldi Süd ab Montag für 14,99 Euro. Hinzu kommt, dass er auch 43 Volumenprozente hat. Das ist mehr als das Minimum mit 40. Das muss er nämlich mindestens haben, damit er sich Whisky nennen darf. Hier kriegst du 43 und er hat auch eine besondere Nachreifung erfahren. Sprich, ein Finish bekommen. Nach der ersten Reifezeit in ehemaligen Bourbonfässern, das ist so das Brot- und Butterfass, das die meisten Whisky Brennereien auf der ganzen Welt einsetzen, hat er ein Finish bekommen. Sprich, eine Nachreifung in einem zweiten Fass, das zuvor mal mit Cognac belegt war. Cognac, auch eine sehr beliebte Spirituose. Diese Aromatik wollte man ein Stück weit auch in diesem Whisky drin haben. Deswegen bekam er eben diese Nachreifung, sprich dieses Finish. Und all das eben für kleines Geld. Also wenn du mal vergleichst, der günstigste Single Malt Whisky aus Irland, das ist der Tyre Connel für 20 Euro. Der hat nur 40 Volumenprozente und lag nur in diesen einfachen Bourbonfässern. Hier kriegst du mehr Alkohol und hast noch dieses besondere Finish. Das für kleines Geld, warum denn nicht? Deswegen habe ich ihn eingepackten, werde ihn direkt auch mal vorstellen. Außerdem ist er nicht gefärbt mit Farbstoff und er ist nicht kühlfiltriert. Also so natürlich, wie er sein kann. Das Einzige, was hier zugesetzt wurde, ist Wasser, damit man ihn auf die 43 Volumenprozente bringt. Sonst völlig natürlich, was ich gut finde. Und ich habe mit Bellymore auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Denn es gab Anfang 2022 beim Aldi Süd bereits einen. Der war nahezu identisch von der Papierform. Allerdings hat er eine andere Nachreifung erfahren. Der bekam nämlich ein Finish in Bierfässern, sprich IPA-Fässern. Selber Preis, 14,99 Euro, fand ich nicht verkehrt. Von daher, ich denke, der wird mir auch gefallen. Allerdings muss man bei dem Preis von 15 Euro auch ein paar Abstriche machen. Bellymore ist nicht der Name der Brennerei. Nein, das ist der Markenname, den Aldi diesen Geschichten gegeben hat. Es wird offiziell nicht kommuniziert, wo der Whisky herkommt. Auch trägt er kein Alter. Man weiß nicht, wie alt er ist und machen wir uns nichts vor. Aber bei diesem günstigen Preis, der älteste wird es nicht sein. Drei Jahre muss er mindestens im Fass verbracht haben. Ich denke, viel älter wird er auch nicht sein. Das kannst du preislich einfach nicht anders abbilden, höheres Alter. So, das ist die Flasche. Umverpackung auch nicht dabei. Aber da pfeife ich mal drauf. Also das sind so Eckdaten. Diese Einschränkungen, die du hier hast, die steuern mich jetzt bei einem Preis von 15 Euro nicht. Ist doch wurscht, wo er her ist. Hauptsache er schmeckt. So sehe ich das, ne? Gut. Finde ich auch interessant, ne? Ab Montag im Angebot, Samstagvormittag schon in den Regalen. Stellenweise sogar schon am Freitagabend in den Regalen gewesen. Ich habe sogar schon von Bekannten gehört, dass jetzt am Samstag schon viele Filialen ausverkauft waren mit dem Whisky. Das ist schon verrückt. Also wie machen sie das, dass sie sowas zu dem Preis in die Flasche und in die Läden bringen? Ich gehe mal davon aus, hier wird es die Masse machen. Jede Aldi-Filiale oder Aldi-Süd-Filiale in Deutschland hat da ein paar Flaschen. Das sind schon eine Menge Buddeln, die da unterwegs sind. Und auch wenn sie an der Flasche nicht viel verdienen. Also ich meine, wenn du da in Aldi gehst, vielleicht auch gezielt wegen diesem Whisky. Wenn du eh schon im Aldi bist, dann kaufst du ein paar andere Lebensmittel ein. Ich meine, bei mir war es jetzt ähnlich, ne? Ich musste eh einkaufen, ich bin zum Aldi gezielt die Flasche gesucht, okay gefunden und dann den Wochenendeinkauf gemacht, ne? Wenn ich ja eh schon da war und da verdienen sie dann halt das Geld. Also das machen sie schon ganz geschickt, ne? Helle Diold. Gut, ich bin gespannt. Also ich hatte beispielsweise bei dem Bellymore mit diesem IPA-Finish. Ich hatte da vom Geruch her so ein bisschen einen Muff drin. Das hat mich an einen Keller erinnert. Das habe ich hier auch ein Stück weit. So was mosiges, waldiges, erdiges, leicht muffiges. Muffig klingt immer so negativ, ist es aber nicht. Er hat einfach von der DNA des Whiskys an sich, der sogenannte Brennerei-Charakter, den das Destillat durch die Destillation bekommt, so einen leichten Muff mit drin. Er hat aber auch eine schöne Süße, so eine brausige, zuckrige Süße. Ein bisschen Gerstenmalz, dass du als Basis des Whiskys riechst. Leichte Eiche, aber ich würde schon sagen und mich auch bestätigen, der Älteste wird es nicht sein. Du riechst den Alkohol nicht unangenehm, überhaupt nicht. Der ist da schön eingebunden. Riechst aber auch da nicht wirklich Tiefe. Also ein alter Whisky wird das nicht sein. Floral, blumig. Der erinnert mich so ein bisschen an so eine, so banal das klingt, so ein bisschen an so ein Lederpflegemittel. Wenn du im Auto des Cockpit pflegst, so ein Geruch, vielleicht auch so ein bisschen so eine künstliche Fruchtigkeit, so eine künstliche Blumigkeit, so als würde ich jetzt meinen Autocockpit pflegen. Geil. Er ist mild, er ist leicht. Was hier vordergründig ist, ist diese leichte, erdige, waldige, mosige, muffige Note. Die ist erstmal vordergründig und ermahlt von Malz und Süße, zuckrig. Anklänge von heller Frucht, Anklänge von Blumigkeit, aber das hat so ein bisschen einen künstlichen Touch. Aber er riecht jetzt nicht verkehrt, ne. So, da steht schon 20 Minütchen. Riecht ganz genauso. Nett, einfach, mild, aber keine Fehlnoten, keine alkoholische Schärfe. Der riecht einfach nett und süffig. Und bei dem Preis kann er das auch sein. Und wenn die Butter leer getrunken ist, ja, dann wartest du auf den nächsten Bellymon und holst dir den auch. Das Lunge. Spritzig, Zitrus. Ja, klassisch Zitronen. Vielleicht ein bisschen grüne, säuerliche Weintrauben. Ein Hauch von der Vanille-Karamell-Süße geht eher hier so in die Richtung Puderzucker, ne. Also dafür, dass es dann irgendwann Vanille und Karamell wird, dafür sind diese Bourbonfässer bekannt. Da muss der Whisky aber auch schon eine gewisse Zeit drin liegen, damit es an den Whisky abgegeben wird. Liegt er da nicht lang genug drin, hast du so die Vorstufe, so ein bisschen was Brausiges, so ein bisschen was Puderzuckriges von der Süße, das kommt hin. Hast Getreide, aber das hat einen leicht herben Touch. Und Richtung Abgang merkst du ein bisschen Rauch, äh, Rauch sag ich Eiche, aber die hat einen Tacken Bitterkeit mit drin. Er ist relativ schnell weg. Ja, okay, es wird nicht der Älteste sein, nur 43 Volumenprozente, ja. Er könnte hinten raus ein bisschen präsenter sein. Abgang, da brauchst du hier nicht von sprechen, den hat er nicht. Aber ich finde auch, dass er besser riecht, als dass er schmeckt. Der ist ziemlich ausgewogen in der Nase, ein richtiger Schmeichler. Bringt von allem ein bisschen was mit, außer Rauch und markante Eiche. Nö, wie ich schon gesagt habe, der Muff, der verfliegt jetzt auch ein bisschen, das tut dem gut. Kommt nicht die Süße mehr raus. Helle Frucht, ja. Und die ist floral, aber das riecht halt so ein bisschen wie so ein Cockpit-Pflegemittel. Ich weiß nicht, warum ich ja die ganze Zeit dran denken muss. Was habe ich bei dem IPA-Finish gesagt? Das ist, wie wenn du eine Flasche Pilz in einen muffigen Keller wirst. So, hier ist es eher so, als würdest du dein Cockpit-Pflegespray in diesen muffigen Keller werfen. Mal gucken, was dann als nächstes kommt. Ja, ist schon säuerlich, so säuerlich, fruchtig, aber auch süßlich. Du hast eher die hellen Früche, hast du die grünen Weintrauben, hast vielleicht ein bisschen Zitrone mit dabei. Vielleicht geht es auch ein Stück weit in die Richtung Quitte, erinnert mich zumindest dran. Alles sehr süß, sehr säuerlich, sehr frisch und spritzig. Dann setzt das Malz ein mit einer gewissen Kernigkeit, mit einer gewissen Herbe. Und Richtung Abgang kommt wirklich ein Müh-Eiche. Aber dieses Müh-Eiche ist so markant, weil es eine gewisse Bitterkeit mitbringt. Also der Whisky switcht von fruchtig, frisch und süß zu herb bis ein bisschen bitter. Da gefällt er mir nicht so. Vor allem ist er hinten raus ruckzuck weg. Aber gut, was jammer ich? 15 Euro, ne? Ich meine, muss man da jetzt Schnappatmung bekommen am Montag zum Aldi-Rennen oder vielleicht heute Abend noch, ja? Und sich so eine Buddel kaufen. Er ist okay. Ist nichts mega Komplexes, nichts mega Spannendes, vor allem nichts mega Altes. Er ist mild, er ist easygoing, er ist süßig. Kann man machen. Kann es aber auch bleiben lassen. Ist in Ordnung, ne? Ich meine, 15 Euro kostet der Whisky. Es gibt immer komplexere. Die kosten dann aber auch mehr. Wer wirklich nur ein Apel und Nei ausgeben will, damit er einen soliden irischen Single Malt Whisky hat, warum denn nicht, ne? Cognac finde ich marginal, aber ist okay. Gibt deutlich schlechtere Whiskys für mehr Geld. So würde ich es jetzt mal final stehen lassen. Wenn ihr es schon probiert habt, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Würde mich doch mal interessieren. Das soll es gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis nächstes Mal. Haut rein.